Kennst du den Unterschied zwischen Sättigung und Dynamik? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Regler, die irgendwie so ein bisschen dasselbe machen, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Was der Unterschied genau ist, zeige ich dir heute in diesem Video und ich zeige dir auch, wann du welchen Regler verwenden solltest. Das also alles jetzt gleich und natürlich kannst du auch nach wie vor noch beim Adventskalender mitmachen, falls du noch nicht eingetragen bist, was ich im Endeffekt nicht wirklich glauben kann, weil ich jetzt so viele Videos hier täglich gemacht habe in der gesamten Weihnachtszeit und jedes Video wieder gesagt habe, mach mit beim Adventskalender. Falls du es aber noch nicht getan hast, falls es das erste Video ist, was du hier siehst, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Erster Link, dort kannst du dich eintragen mit deiner E-Mail-Adresse, dann bist du automatisch in den Verlosungen mit dabei, die hier täglich stattfinden. Und heute gibt es von meinem geschätzten Kollegen Bastian Werner ein Videotraining zu gewinnen. Der ist ja Wetterfotograf und er hat ein Videotraining, das nennt sich Sturmjäger. Und dort kannst du dann tatsächlich auch alles über verschiedene Sturmarten lernen. Du kannst lernen, wie du das Ganze fotografierst. Also mega, mega cool. Danke an Bastian, der hier sein Videotraining zur Verfügung stellt. Und das kannst du, wie gesagt, gewinnen, indem du einfach dem Link in der Videobeschreibung folgst. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Video. Warum gibt es eigentlich zwei Regler? Einmal Dynamik, einmal Sättigung. Wo ist der Unterschied? Das möchte ich dir jetzt mal ein bisschen genauer zeigen. Ich habe hier ein Bild aus Island. Das ist komplett unbearbeitet. Man sieht es auch hier in den Grundeinstellungen. Es ist nichts gemacht. Und ich habe jetzt mal zwei virtuelle Kopien angelegt. Und in einer Kopie habe ich dann die Dynamik mal auf plus 100 gesetzt und in der anderen die Sättigung auf plus 100. Diese Regler sollte man niemals auf plus 100 setzen. Aber es ist erstmal grundsätzlich wichtig, dass man diesen Effekt besonders gut sieht. Auch gerade in so einem Video. Und ich zeige dir jetzt einfach mal den Unterschied. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Hier haben wir die Dynamik auf plus 100 gesetzt. Und da sieht man jetzt schon, okay, ist alles ein bisschen bunter geworden. Wenn ich noch eins weitergehe, das ist die Sättigung. Sättigung. Wo ist jetzt der große Unterschied? Die Sättigung, da werden einfach alle Farben genommen und stärker gesättigt. So kann man sich das vorstellen. Und bei der Dynamik ist es so, dass die weniger gesättigten Farben mehr gesättigt werden, als die Farben, die eh schon gesättigt sind. Das heißt, es wird alles so ein bisschen angeglichen. Am Ende sollen alle Farben eine ähnliche Sättigung im Bild haben. Das ist der große Unterschied. Das heißt, Dynamik ist mehr so ein Regler, der das Bild mehr analysiert. Und Sättigung ist tatsächlich einfach nur, wupp, rauf, gib ihm und alle Farben schön gesättigt. Das heißt, für mich persönlich ist die Dynamik eigentlich erstmal, wenn man sich das so anhört, der beste Regler, weil er das Bild mehr analysiert. Aber auf der anderen Seite, und ich gehe jetzt nochmal hier zurück zum Dynamikbild. Das ist jetzt hier das Sättigungsbild. Und jetzt achte mal hier besonders auf das Wasser oder auch hier oben im Himmel, auf die Blauwerte. Denn die Blauwerte werden tatsächlich bei der Dynamik mehr noch gesättigt, als sogar bei der Sättigung. Also da sollte man immer so ein bisschen darauf achten, dass tatsächlich alle Blauwerte gerade bei der Dynamik mehr gesättigt werden, als bei der Sättigung. Das ist aber der einzige Unterschied. Ansonsten, wenn man sich jetzt hier oben im Himmel die orangenen Farben oder auch das Grün anguckt in der Landschaft, das ist dann doch bei der Sättigung wesentlich stärker gesättigt, als bei der Dynamik. Das sieht selbst bei 100% Dynamik, sieht das hier noch wesentlich besser aus, als bei der Sättigung. Das ist die Sättigung, das ist die Dynamik. Sättigung und Dynamik. Was mir aber definitiv besser gefällt, ist bei der Sättigung das Wasser. Also das ist bei der Dynamik dann wieder irgendwie viel zu bläulich geworden. Und auch hier oben in dem rechten Bildrand bei der Dynamik ist einfach das Blau viel zu sehr drin. Das ist hier bei der Sättigung tatsächlich besser gelöst. Welchen Regler du am Ende nimmst, ist natürlich deine Entscheidung. Ich persönlich nehme eher immer den Dynamikregler, regele den aber auch tatsächlich nicht so hoch wie jetzt hier in diesen Beispielen, sondern ich gehe jetzt hier mal auf das Bild zurück, was komplett unbearbeitet ist und würde jetzt in dem Fall die Dynamik hier vielleicht mal so auf plus 25 stellen. Und vielleicht packen wir noch so ein kleines bisschen Sättigung mit dazu, plus 10 ungefähr. Das reicht aber vollkommen aus. Und dann arbeiten wir hier tatsächlich erstmal noch so ein bisschen an den Lichtern, an den Tiefen, um damit dann auch nochmal so ein bisschen mehr Farbigkeit ins Bild zu holen. Aber man sollte, wie gesagt, beide Regler nicht übertreiben. Persönlich bin ich eher ein Freund von Dynamik. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns ja morgen direkt wieder. Kleine Erinnerung nochmal an den Adventsgeleiner, falls du es noch nicht getan hast. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann kannst du heute das Videotraining von Bastian Werner Sturmjäger gewinnen. Richtig gutes Ding, kann ich nur empfehlen. Und deswegen an dieser Stelle viel, viel Glück für die Verlosung. Und falls du heute kein Glück hast, dann vielleicht schon morgen in der nächsten Verlosung. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020